Yo, Yo Yo Yo, Yo 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 Yo, servus Leute Zu einer neuen Leuten live commentary hier mit dem Kanau Und ich will zeigen wir spielen Ah wir spielen Dings da Herrschaft Und wir spielen Herrschaft, ich dachte wir spielen Team Deathmatch Aber, ok dann wird das eine etwas länger Episode hier Live commentary Und wir spielen jetzt Herrschaft auf Stronghold und ich würde sagen, dass wir mal hier was reißen oder? Die spielen zwei Spielenraketenwerfen mit C4. Ja, Zielfüß bei B. Ich hab schon bemerkt, ich flank die, glaub ich, auf B. Digga, er geht mir Side-Under-Vergeltung. Ich hab, ich wurde noch nie in meinem Leben so zerstört. Ich wurde auseinandergenommen. Meine Organe wurden zerfetzt, Alter. Digga, die sind alle bei diesem Head-Tage, man. Digga, schon hab ich geholt, Alter. Die spielen alle nur Raketenwerfer. Aber ich hab keine Klasse mit C4. Ich hab keine Klasse mit C4. Ich spiel einfach Dredge. Oh, Digga, Kassier, Mann. Ich hab keine Klasse mit C4. Ich hab keine Klasse mit C4. Die sind aber stark, was wir tun haben. Und Kroektionen... Argus, Argus, Argus. Gott, fest verdrahtet. Oh mein Gott, Digga. Ich komme mir egal. Oh mein Gott, Digga, ich bin so One-Shot, ich bin so One-Shot, bitte lass mich, ich hab wenig bekommen. Pass auf, dort ist ganz Afrika. Einer flankt, ich glaube mit Aragus. Oh, 100er Bredzi. Ich hab bald Orbi. 5 Punkte bei... 5 Punkte vor Orbi. 5 Punkte vor Orbi, jedem nicht. 5 Punkte? Ja, setz alles ein. Nein, er ist in der zweiten Nummer. Nein, mach, Digga, es ist 15 Punkte, das geht sich locker aus. Vertraue mich. Ich bin crazy, ich bin echt. 15 Punkte machen. Digga, geht sich aus, glaub mir, Bruder. Da ist bis jetzt schon kommt. Hast du 5 Vorräte? Ja. Für die Schießtour ist es von 5. Ah, okay. Ich habe schon verretet, wenn du Ono Sechte bekommst. Oh, no Digga, ist jetzt der Schippe. Ich hab A gerettet. Ich sterbe immer kurz vor Orbi, das ist das richtige Nuklearlobby, man. Aber ich schaff's einfach nicht, ich bin einfach zu schlecht. Sie kommen vom Bunker, Bunker, Jungs, Bunker. Ich kann sie sagen. Oh mein Gott, ich auch, Mann. Ich bin kein Mathe-Gin, ich bin kein Mathe-Gin. Ich kann sie sagen, ich bin kein Mathe-Gin, ich bin kein Mathe-Gin. Ich habe sie, ich bin kein Mathe-Gin. Ahhhh, meine Fresse! Ey, es sind 2 Stunden. 2 Stunden in meinem Bett und schlaf. In 2 Stunden schlaf ich auch, Alter. Nein, ich schlaf nicht, aber ich geh ins Bett. In 1 Stunde hab ich nicht. Champions League. Futter? Nein. Kann ich auch reinkommen. Was glaubst du für Champions League? Ja. Aber ich denke mal, du spielst Champions League schon. Spielen. Spielen. Für die Jahre sind es 10 Stunden, die Blut. Boah, Digga, ich habe ihn rasiert. Pff. Niemand kann zu B kommen. Was ist das? Ja. Mach das. Ich kann rasier ihn. Komm schon. Komm A her. Ich bin A. UAV Deployment. Passt der freil lại. Kannst du kauf額? Wich. Ich bin erwartet. Mog. Sah gemischt. Ich bin gestorben. Ja, ich bin in Troce-Pruge. Der hat keiner vorritten am Station Nein, die Sacki, die ich da kurz mach Digga, ich brauch nur noch 50 Punkte Fuck Digga, fast Quart, Mann Wie viele sind dort? Digga, ich hab fast Quart gemacht Oh Mann, der Zigi, Alter Ja, Mann, ich hab's wieder Ich hab wieder Hater, ich hab noch einen Hater Ja, ich hab den 2. C, oder? Ich hab den 2. C, oder? Ah, ich brauch Stippchen U.A.V. ready for deployment Ich geb hier, ob sie jetzt nicht spielen Digga, der Quart, hätte ich den Quart, Mann Der wär so gut Der Quart wär urwichtig, Mann Ich hab da ein paar speeds Ja, ich hab den 3. C, oder? Hier ist es hier sicher, man sie Du siehst hier Nein, ich glaub, ich coup tu Ich hab den 4. C, oder? Die Masse kann fertig sein Der 5. C, oder? Fürен memories家, wir kommen nach unten Dann da schauen wir das. Lass uns die 4. C, oder? Wenn wir das im ger席 angekommen, Dann nehmen wir das. Ich habe einen Blutthirsty, ich habe einen Blutthirsty Ich mache alles spontan Das Lobby perfekt, Alter, ich habe sie halbwegs gut rasiert 340 10 ist okay ein nuclear war drinnen hätte ich mich angestrengt werden sogar vielleicht drin gewesen tut meine leitungs aber können nichts machen danke fürs zuschauen das war das live commentary für heute ich hoffe es hat euch gefallen und ja nicht vergessen osterferien jeden tag video also ein live commentary und vielleicht auch mal zombies oder mal was weiß ich mal das und danke fürs zuschauen und like das wieder damit ich schön youtube meine hier willkommen wie meine liebe wunderschöne zeit das war leer und der kann das noch was zu sagen alles klar was würde ich sagen karen kofi ist mattefamle oder was komhol was mattefamle fix euch das Dankeschön.